Für die nächste Übung strecken wir die Arme Schulter hoch aus, Daumen zu zeigen nach oben. Wir machen kleine Kreise vorwärts. Drei Stück, drei größere Kreise vorwärts und ganz große Kreise vorwärts. Immer drei Stück. Dann machen wir drei ganz große Kreise rückwärts, drei mittlere Kreise rückwärts und drei kleine Kreise rückwärts. Wir wechseln die Daumen nach oben, machen drei kleine Kreise vorwärts, drei mittlere Kreise vorwärts und drei große Kreise vorwärts. Ohne Pause rückwärts drei große Kreise, drei halbgroße Kreise rückwärts und drei kleine Kreise rückwärts. Daumen zeigen erst letztlich nach unten. Drei kleine Kreise vorwärts, drei mittlere Kreise vorwärts, drei große Kreise vorwärts. Jetzt wird es schon langsam sehr warm in den Schultern. Danach drei große Kreise rückwärts. Daumen zeigen immer noch nach unten. Drei mittlere Kreise rückwärts und drei kleine Kreise rückwärts. Ausschütteln, fertig.